Musik Willkommen in Nevada, dem wunderschönen Staat, der nur darauf wartet, in seiner abwechslungsreichen Landschaft voller Gegensätze zu zeigen. Mein Name ist Fatima und auf geht's, Nevada zu entdecken! Unser erster Stopf führt uns zum atemberaubenden Valley of Fire State Park, Nevada's älteste und größter State Park, der vor allem zum Wandern und Fotografieren einlädt. Rote oder brennende Sandsteinformationen aus riesigen Wanderdünen sind hier im Zeitalter der Dinosaurier vor über 150 Millionen Jahren entstanden. Seine heutige außergewöhnliche Färbung ist das Resultat komplexer Verschiebungen, gefolgt von lang andauernden Erosionsprozessen. Eine malerische Panoramastraße und kurze Wanderwege führen sie zu den Petroglyphen, den prähistorischen Felsritzungen der Anasazi-Indianer, sowie zu spektakulären Felsformationen, die zum Beispiel Mouses Tank, Atletta Rock oder Elephant Rock heißen. Nur ca. 80 Kilometer weiter finden sie den kompletten Gegensatz. Eine faszinierende Wüstenstadt, diesmal mit leuchtenden Neonschildern, wo die Nacht zum Tag wird. Las Vegas. Weltweit ist der 7,5 Kilometer lange südliche Abschnitt des Las Vegas Boulevards als Trip berühmt, mit seinen endlosen Casinos, luxuriösen Resort-Hotels, spektakulären Bühnenshows, Shopping- und Gourmet-Restaurants. Inzwischen genauso beeindruckend ist die Freeman Street Experience, eine überdachte Fußgängerzone downtown. Jeden Abend gibt es hier auf einer knapp 30 Meter hohen LED-Leinwand eine Sound- und Leitschau, die die größte der Welt sein soll. Wenn man Las Vegas auf der Highway 93 verlässt, vorbei an der Wüstenlandschaft, stößt man auf den sehenswerten Hoover Dam, eine 221 Meter hohe Staumauer. Als er in den 1930er Jahren gebaut wurde, war dieser Staudamm die weltweit größte Betonstruktur und Kraftwerk. Mit Blick auf eine schöne Berglandschaft kann man hier wieder die Weite und Ruhe genießen. Mit einem goldschimmernden Aufzug können Sie knapp 160 Meter tief direkt auf den Boden fahren. Besuchen Sie das Wasserkraftwerk mit 17 Einheiten dieses Kraftzentrums. Ob Neon oder Natur oder beides zusammen, es gibt kaum etwas, das Nevada Ihnen nicht bietet. Kommen Sie uns besuchen und lassen sich verzaubern von den Farben. Auf geht's! Auf geht's!